Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir erleben außergewöhnliche Zeiten momentan, aber leider keine außergewöhnlich guten. Oft werden der AfD die übelsten Sachen vorgeworfen. Keine Gelegenheit lassen die Altparteien und die Mainstream-Medien verstreichen, um nicht irgendeine schmutzige Kampagne gegen die größte Oppositionspartei in Deutschland zu fahren. Die Vorwürfe könnten oft kaum abstruser sein. Egal. Die Medien spielen immer mit und hauen noch obendrauf. Und wohin hat das geführt? Die Gesellschaft ist tatsächlich gespalten. Ja. Aber wie kam es zu dieser Spaltung? Ich sage es Ihnen. Es kommt daher, dass Bürger nicht mehr öffentlich ihre Meinung sagen können. Die Menschen haben nämlich faktisch Angst. Sie wissen ein falsches Wort und sie sind ihre Arbeit los. Ein falsches Wort und sie sind sozial geächtet. Selten war es so schwer, anderer Meinung zu sein wie heute. Die AfD ist aber trotzdem oft anderer Meinung. Nicht nur, weil sie als Aufgabe das hat als größte Oppositionspartei, sondern weil viele Dinge im Argen liegen. Wozu die Verunglimpfung dann aber führen kann, sehen wir wieder einmal daran, dass eine bestimmte Partei besonders häufig Opfer von Straftaten wird. Wie im Jahr zuvor sind es auch in 2020 wieder erneut Politiker und Mitglieder der AfD. Fast die Hälfte aller politischen Straftaten richtete sich gegen AfDler. Es ist eine Schande. Man wird das Opfer von Hetze und Aggression und im gleichen Zug wird man eben dieser beschuldigt. Das ist dann in etwa so, als wenn ein Ladendieb mitsamt der Beute unter dem Arm auf sie zeigt, um dann selbst unbemerkt mit dem Diebesgut zu verschwinden, während die Polizei aber sie festsetzt. Traurig. Unsere Forderung ist daher ganz klar. Gewalt ist grundsätzlich zu verurteilen. Egal gegen wen. Wir fordern das gleiche Recht für jeden Bürger. Der Staat muss auch endlich sicherstellen, dass die AfD nicht weiterhin übermäßiges Ziel von Anschlägen wird. Außerdem muss sich die Berichterstattung ändern, die klar die ungleiche Gewaltverteilung benennen muss. Nicht selten wird diese Tatsache in den Medien sogar noch umgekehrt dargestellt. Ein Unding sondergleichen. Aus dem Bayerischen Landtag, ihr und euer Ingo Hahn. Untertitelung des ZDF, 2020